KI und Hochschulen bedeuten für mich eine große Möglichkeit, Hochschulen, Wissenschaft, Studium und Lehre substanziell zu verändern. Dafür müssen wir alle rechtlichen, ethischen, infrastrukturellen Weichen stellen und natürlich für die notwendigen KI-Kompetenzen sorgen. Das Besondere am UFF hier in Heilbronn ist für mich, dass wir in einem der spannendsten KI-Ökosystemen das Thema KI und Hochschule bearbeiten, diskutieren und weiter voranbringen können. Und das ist hier einfach ein super engagierter Spot mit tollen Akteuren. Es macht einfach nur Spaß, hier zu sein und mit allen zusammen zu arbeiten. Der KI-Campus ist für mich eines der relevantesten Angebote im deutschsprachigen Raum für die Entwicklung von KI-Kompetenzen. Nicht nur im Online-Format, auch im Blended-Format. Und das zusammen mit einem tollen Team aus vielen, vielen Bildungsidealisten.